Hey ho Leute und willkommen zur nächsten Folge The Walking Dead. Hoffen wir, dass wir es jetzt gleich schaffen, in kürzester Zeit hier, äh, sagen wir mal, die Story noch zu Ende zu bringen von der vierten Episode hier. Clem sitzt immer noch hier, wie in der Schule. Wir machen keine Hausaufgaben und jetzt reden wir mit Ben. Was brauchen wir noch? Wir haben bereits den Strom in der Batterie bekommen. Wenn wir eine Medizin finden, werden wir gut gehen. So, woher ist diese Batterie, die du gefunden hast? Molly hat sie. Sie hat sie weg, um zu tun zu tun. Well, sie besser es hier wieder bringen. Ich weiß nicht, warum du diese Mädchen mit ihr glaubst. Wir kennen sie gar nicht. Sie hat deine Leben geholfen, nicht wahr? Ja, aber was hat sie gemacht für mich seitens? Nein, warte. Es gibt etwas, was du mir mit helfen kannst. Es ist etwas, was auf meine Geist. Ich kann deine Meinung nutzen. Was ist es? Wenn du sie mir auch was sagst. Äh, was ausgeben, das will ich gar nicht. Nur nicht jetzt. Du verstehst es nicht, Lee. Was soll ich tun, wenn er über Katja und Duck spricht? Nur nöden und wagen, dass es nicht meine Schuld war. Ich kann es nicht mehr tun. Ben, hörst du. Kenny sieht, wie er seine Scheiße zusammen hat. Weil gerade jetzt hat er einen Grund. Aber er ist noch in einem wirklich schlechten Ort. Du sagst ihm jetzt, er wird es verlieren. Und dann sind wir alle verabschiedet. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wenn er bereit ist, es zu hören. Aber es ist nicht jetzt. Nicht noch. Ich höre dich. Ich werde zurück zu diesem. Kann sie ja. Na gut, er wird nichts laufen. Ich mach mal nach den anderen. Ich habe bereits gefeiert. Sie sind nicht wertvoll. Scheiße. Christian Vernon muss da sein. Ich bin nicht wertvoll. Ich bin nicht wertvoll. Was ist das? Sie haben in die Halle, nachdem wir in den Garten gekommen sind. Ich glaube, sie haben uns gehört, um uns herumzuladen. Das ganze Ort ist in der Nähe. Sie sind überall. Calm down. Ich habe sie gehalten. Was über die Meden? Haben wir was brauchen? Ja. Das ist unsere andere Problem. Mal schauen. Sie sehen, dass sie alle Meden in die Meden gehalten haben. Locked up tight. Ich habe keine Frage. Vielleicht mit genug Zeit. Aber ich weiß nicht, wie viel von das wir haben. Es wäre viel schneller, wenn wir nur die 4-Digit kombinationen wussten. Ich habe eine Idee. Was gucken wir uns dann mal an? Wer würde das auch daran hängen? Ich werde Zeit nehmen, um später zu resten, ich denke. Was ist denn das? Eine Kopie-Maschine. Nicht, dass es hier keine Kraft ist. Boah, wie schwierig die Steuerung ist. So, guck bitte. Aber es geht darum... Irgendwo stand doch hier die Kombination. Ich weiß nicht, dass ich die Kombination nicht weiß. Es muss sein, der das Ort rief. Es sieht aus, dass er sich als ein Suprem-Leader gewandt hat. Hat hier irgendwas? Nee. Ich muss bei den Fingern, das ist der Weg hin. Fingern. Nichts. Nimm ich das Spiel, dann macht es mir noch so Hoffnung, so nach dem Motto. Ach, guck doch mal da rein. Ist dasselbe, oder es steht hier was anderes drauf? Bitte sag nicht noch mal dieselben Sätze. Hm, hm, hm. Es sieht aus, dass er sich als ein Suprem-Leader gewandt hat. Okay, okay, ich hab's verstanden. Jo, Guys, wir brauchen ne Kombination. Brie? Hey, Lee. Danke für all deine Hilfe da hinten. Ich glaube nicht, dass wir es ohne dich gemacht hätten. Kein Problem. Wir sind alle auf dem gleichen Team. Du hast also den Krebs besiegt. Hm. Hm. Ich bin der einzige, der überlebt hat. Ich bin der einzige, der überlebt hat. Es ist lustig, wie alles funktioniert, hm? Hm. Wie lange hast du Vernehmt? Ein paar Jahre. Er hat unsere Gruppe unterstützt. Er war wirklich großartig, um mich zu Ende mit meiner Krankheit zu kommen. Aber wie hast du Ende mit etwas wie das? Mit einem Ort wie Crawford? Ich weiß nicht, was ich, oder die anderen Überlebenden, hätte ich ohne Vernehmt. Er ist derjenige, der uns zusammengehalten hat. Er hat uns lebens. Ich werde zurück. Okay, sie hat ein wenig Platz. Guten Glück. Ich bin froh, Clem. Ja. Ich bin froh, Kenny und Bree haben es zurückgekommen. Ja, ich auch. Ich bin froh. Und jetzt haben wir Gas für das Boot. Denkst du, dass wir hier viel länger sein werden? Ich hoffe nicht. Ich sitze einfach, okay? Ich muss ein paar Dinge anziehen. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Zombie schwimmen können. Irgendwie schon, ja. Ich komme später zurück. Welches Bildungsmaterial wäre schön, wenn wir auf dem Boot kommen. Keine Kraft, keine TV. Kann ich um mich nahe laufen? Den Schrank von Logan können wir nicht aufmachen. Das ist der einzige, bei dem der Name richtig ausgeschrieben draufsteht. Die Akte hat mir angeguckt. Mit ihm brauche ich nicht reden. Er hat gesagt, wir sollen mal gucken. Ah, hier. Hier, guck mal an. Hätte ich das gewusst. Vernon, Christa. Komm, schau an das. Das ist die 82, die Ausgabe. 1547. Dr. Logan in consultation mit Patient Anna Correa. Warum schreibt ihr das? Regulatieren. Oberson hat mich zu behaupten, zu behaupten, alle medicale examen und consulten. Ich muss dich aufhörst, Anna. Die Sonogramm confirms, dass du bist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. As you know, the rules are very clear. Determination is mandatory. You don't have to tell them. Tell them it was just nausea. But you gave me something for it and it went away. This is my problem, not yours. If Oberson finds out that I concealed evidence of a pregnancy, I'm sorry, but these are the rules. I'm gonna give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want the procedure! I want my baby! I can't do this! I can't do this! Anna, you don't have a choice. Now if you like, you can take some time with this. But I need you to come back no later than tomorrow. Or I'll have no choice but to inform Oberson myself. I'm sorry. Talk to you. Damn it! We almost had it. What the hell kind of place was this? Like Molly said, the worst kind. Lee, maybe there's another tape. We gotta keep looking. I think I recognize that doctor. He was one of the walkers out in the alley by the auto shop. Maybe you should search it. See what he's got on him. ...but he's got on him. I'm looking at the 20th. 7th? ... ... Where's the walking dead was? ... ... ... ... ... ... wo das festgelegt wurde, aber hier im Spiel wurde halt festgelegt, welcher Tag das genau ist. Liegt der noch dort? Ja anscheinend. no no Da ist mir auch schon 3 mal passiert dass ich irgendwo dagegen gefallen werde und mir so das Genick gebrochen habe. der logan die team mit dem den dämmten 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 dämmte tut du weißt du ne botsteine nigger er kennt die filmszene Das ist vielleicht nur das, was wir brauchen. Und was ist das? Es sieht aus wie ein Kode aus. Aber Vernon sagte, die Safe-Kombination war nur vier Nummern. Scheiße, Zeit zu gehen. Die klopfen immer noch an die Tür, als ob die nicht lange durch sind. Das muss ja sein. Der Tape, die Safe-Kombination muss auf jeden Fall sein. Ich habe zwei weitere Tape. Eine von ihnen ist auf 10 Oktober. Das ist der Tag nach dem ersten, den wir gesehen haben. Lass es in. Hast du eine Entscheidung gemacht? Ich dachte, du sagst, ich habe keine Wahl. Also, technisch so. Du kannst die Pregnanzierung termineieren oder Crawford verlassen. Natürlich wäre das eine Todesprache für dich und deine unborenen Kinder. Vielleicht ist das besser. Ich habe das ganze Nacht gehalten, um das zu tun zu denken. Warum versuchen wir überhaupt nicht zu leben? Um zu leben. Um zu leben. Um zu leben. Um zu leben. Ich mache nicht die Regeln, Anna. Doktor, ich sage dir. Bitte, hilf mir. Vielleicht ein Tag, wenn Dinge anders sind, kannst du wieder versuchen. Aber für heute, wir müssen das machen. Nein. 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 Ich habe das Recht gehört, dass sie jetzt den Minderkunden angefangen hat zu ballern. Ich glaube, wir wissen, was passiert mit Koffert. Und mehr wichtig ist, wir haben die Kombination. Was hast du? Christa, bist du okay? Was ist falsch? Es ist nichts. Das war einfach schwer zu sehen. Nicht schau über mich, ich bin gut. Okay, wir holen die Mede und raus. Wir sind in der Nähe von hier. Wir sind in der Arbeit. Antibiotik, morphine. Wir nehmen so viel von diesem, wie wir können. Okay, ich glaube, wir sind gut. Das ist mehr als genug für deine Leute und meine. Wir gehen. Ich habe eine Thera-Tapel in der Lacken. Vielleicht gibt es noch etwas anderes. Wir haben die Mede für Omid. Das ist alles, was ich mich interessieren. Wir gehen nach der Klasse. Okay, aber das Band gucke ich mir auf jeden Fall nachher an. Achso, jetzt muss ich hinlaufen. Hundertprozentig ist da was von Molly drauf. Hundertprozentig. Hör, so gut wie das war, ich habe zu tun, dass ich das kleine Arrangementen habe. Das ist die letzte ich kann dir. Warum? Obersen hat jemand hier hier gestern, taking inventory. Er ist wirklich krank. Ich kann es nicht riskieren. Wir hatten ein Deal. Ja, wir hatten ein Deal. Wir haben nicht mehr. Meine Frau braucht diese Medeine. Without es, sie wird die, oder sie wird starten, sie werden sie tun, und sie wird sie wegnehmen. Ich kann es nicht. Ich lasse das passieren. Ich bin sorry, Molly. Ich habe alles, was ich kann. Aber ich muss mich hier aussehen. Ja, das ist der Crawford-Way, nicht wahr? Dr. Walter irgendwas. Der heißt nicht Logan. Wer ist dieser Logan? Well, shit. Ich google auf jeden Fall nochmal nach der Folge. Es gibt, wie gesagt, so bestimmte Sachen. Er hat er gesagt, 10. Oktober und 83 Tage zurückrechnen. Das müsste halt dann der 20. Juli sein. Jesus Christ! Oh, du hast mich aus Angst vor Angst. Ich bin nicht aus, woher du bist? Sightseeing. Ich nehme die Batterie jetzt. Oh, ja. Uh, über das. Ich bin nur verrückt. Hier geht's. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich nichts. Du hast meine Leben zweimal, aber du kannst mir die Wahrheit erzählen. Wir werden das wirklich jetzt machen? Ich glaube, das ist für dich. Ich war hier mit meiner Freundin. Sie war 14 Jahre alt. Als die Möge angefangen hat, und Crawfurt sich in sich verletzt, war es ein ziemlich guter Deal. Wir waren sicher. Wir hatten alles, was wir brauchen, um zu überleben. Dann die Regeln angefangen haben. Ich habe keine Ahnung, die nicht verletzt hat. Keine Ahnung, die nicht verletzt hat. Keine Ahnung. Meine Freundin war eine Diabette. Und von Crawfurt, das hat sie verletzt. Ich hatte es ein secret. Ich hatte sie sicher für so lange, wie ich konnte. Aber im Endeffekt, ich konnte sie nicht verletzen. Das ist dann, dass ich rauskriege. Crawfurt... Sie haben immer gesagt, wie ihre Systeme funktioniert. Das ist ja scheiße. Das ist ja scheiße. Ich verstehe. Ich verstehe. Sie ist schön. Sie ist schön. Was zur Hölle? Ich denke, das ist unsere Aufgabe, um rauszukommen. Ich denke, das ist unsere Aufgabe, um rauszukommen. Oh! Jesus! Ben! 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 Sorry, sorry. Ich habe nur die Bellen gefangen. Und dann habe ich jemanden kommen. Kenny und ich noch nicht die Tür öffnen. Er hat mich rauskriegen, um etwas zu versuchen, um es zu öffnen. Ich habe das gefunden. Ben? Wo hast du das gefunden? Ich habe es gefunden. Es war in der Türkei, in der Türkei, in der Türkei. Oh nein. Töne Leute. Das ist die Schlauze, ich habe die Pfeil! Das ist ein Schlauze. Das ist das Bade. Leine! Das ist der Schlauze, ich will das nicht zu Hauseieren. Er schraue mich nicht zu Hause. Ich will das nicht. Ich möchte das nicht zu Hause und this is nicht zu Hause trinken. Oh. I'm so sorry, man. Kid, this ain't the best time. Whatever you did, save it for later. Ben, shut the fuck up. Fuck you, Lee. I can't do this anymore. It's been me all along, putting all of us in danger. Katja and Duck, it was all me. It was all me. What? Wait a minute. What are you saying? It was me who made the deal with the bandits at the motor inn, slipping them supplies. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked. And that's when Duck... It's fine for the... Kiddie, lay off, man. Ben didn't mean for any of this to happen. It was all just a mistake. I don't give a fuck. You little pisshead. You're fucking dead. You hear me? Dead. My wife and child. You got a boat fucking killed. Nice group you got here. Not the time, Molly. If this asshole thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind. You hear me, shitbird? You can stay behind and fucking rot. You know Ben didn't mean any harm. He was just trying to help. And I'm supposed to give a crap about his good intentions? The boat's not big enough for all of us. Somebody's got to get left behind. Might as well be this piece of shit right here. Well, I vote we leave him. I'm sorry, Ben. I know you mean well. But all I want to do is get back to Omi and you put that at risk. Wait, don't I get a vote? Of course you do. And it's nice. He's my friend. We don't leave friends behind. That's my vote. Tyro. On second thought, I think I'm gonna abstain. Lee? I've seen enough of Crawford to know that becoming like them is the beginning of the end. I vote Ben stays with us. What about the rest of us? Don't we get a second? Ah! No, I'm stuck to us. I'm stuck to us. I'm stuck to us. I'm stuck to us. No, 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 no. Oh! Now can we go? ordentlich abbrechen, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, oder ihr werdet es dann mitbekommen, wenn die andere Episode rauskommt, es ist extrem lang, diese eine Folge und 50 Minuten wollte ich jetzt nicht unbedingt am Stück hochladen, es wäre dann vielleicht auch für manch anderen zu lang zum angucken. Es wird sozusagen ein kleiner Cliphanger sein, dass er morgen wieder einschaltet dazu und dann, ja, so ganz einfach morgen einschalten, dann kommt die nächste Folge, sozusagen der Teil 2, dieser, dieses letzten Teils, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine große Werte da und schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein, dass ihr jetzt nicht, ja, an dem Cliphanger her sterbt. Dann bis morgen. Ciao, ciao, Leute.